Claryens Cloud-Netzwerkdienst Smart Access stellt Fahrern Echtzeitinformationen für mehr Sicherheit und Komfort zur Verfügung. Das Hitachi Global Data Center analysiert die Cloud-Daten und erweitert die Möglichkeiten des Ginka-Infotainment durch verschiedene Netzwerkdienste zur Bereitstellung der unterschiedlichen Informationen. Das System trägt zur Sicherheit beim Fahren bei, indem es verschiedene Informationen analysiert und dem Fahrer zur Verfügung stellt, beispielsweise zum Zustand der gewählten Straßen. Route wurde geändert, da Autobahn A1 wegen Eisklette gesperrt ist. Schnee auf Fahrbahn in 30 Kilometern. Halten Sie Schneeketten bereit. Entlang der Route wurden 20 Gaststätten der von Ihnen bevorzugten Art ermittelt. Keine Tankstelle in den nächsten 40 Kilometern ermittelt. Tanken Sie rechtzeitig. Navigation, Sprachführung und Anzeige sind in Ihrer Sprache, selbst in einem Mietfahrzeug im Ausland. Über Smart Access kann die Lieblingsmusik aus der Bibliothek des Fahrers wiedergegeben werden. Die Entertainment-Funktion Musik-Wiedergabe sucht automatisch eine zur Fahrt passende Hintergrundmusik aus. Tanzmusik? 24 Titel gefunden. Modern Jazz? Drei Alben gefunden. Neben Audio- und Videounterhaltung kommt auch die Sicherheit nicht zu kurz. Smart Access unterstützt die Dienste sozialer Netzwerke und ermöglicht eine sichere und bequeme Nutzung während der Fahrt. Mit Smart Access kompatible Systeme können einfach über das Display bedient werden. Bei Bedarf kann die Sprachausgabe unterbrochen werden. Kreuzung voraus. Zielführung unterbrochen. Sprachführung wieder aufgenommen. Das System ermöglicht eine sichere Nutzung verschiedener Anwendungen und Informationen. Wichtige Informationen zum Fahrzeug, beispielsweise zur Wartung oder zum Teileaustausch, werden dem Fahrer in Echtzeit bereitgestellt. Bei einer Störung wird der Status an das Center übermittelt und dort analysiert, um dem Fahrer geeignete Maßnahmen vorzuschlagen. Selbst schwierige Situationen, in denen Fachwissen gefragt ist, sind so einfach zu meistern. Unter anderem sind Dienste wie VRM, CRM und Notrufe verfügbar. Zusätzlich werden neue Anwendungen für Transport- und Liefersysteme entwickelt, die auf Smart Access aufbauen, beispielsweise für die Verwaltung von Lieferplänen. Für den Low-Cost-Einsatz kann Smart Access als Proxy für zentrale Systeme dienen. Handgeräte und Systemaktualisierungen können kinderleicht verwaltet werden. Bleiben Sie stets informiert über den Betrieb öffentlicher Verkehrsmittel. Echtzeitinformationen zu Verkehrsmitteln helfen, wertvolle Zeit zu sparen, falls Sie unterwegs einmal auf Ihr Fahrzeug verzichten müssen. Für Nutzer von Elektrofahrzeugen bietet Smart Access in Zusammenarbeit mit dem Hitachi Global Data Center Dienste, die dazu beitragen, energieeffizient zu nutzen. In Zusammenarbeit mit führenden Partnern entwickelt Clarion ständig neue Fahrzeuganwendungen für Smart Access, den Cloud-Netzwerkdienst für Automobilfahrer. Echtzeitinformationen für mehr Sicherheit und Komfort unterwegs. Das ist Smart Access. Echtzeitinformationen für die Verwaltung.